Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du die Summen-Funktion in Microsoft Word erfolgreich anwendest. Wie du es siehst, befinden wir uns in unserem Beispielsdokument. Dieses Dokument kannst du ebenfalls für Übungsdöcke nutzen, den Download-Link findest du in der Videobeschreibung. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was die Summen-Funktion in Microsoft Word eigentlich ist. In manchen Fällen bzw. in manchen Dokumenten hat man verschiedene Summen in Tabellen aufgelistet. Als Beispiel bei Reisen, Investitionskosten oder Sonstiges. Nun muss man nicht hergehen und die einzelnen Kostenträger, wie beispielsweise hier, selber manuell zusammenrechnen, sondern kann eine abgespeckte Version der Funktionen von Excel nutzen. In diesem Fall die Summen-Funktion. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, habe ich mir hier einmal die Formatierung mit dem Euro-Zeichen rausgenommen, denn Microsoft Word benötigt Zahlen ohne Formatierung, das heißt ohne Tab-Stops, Leerzeichen und so weiter. Nun gehe ich hier oben auf Layout und klicke hier auf Formel. Nun sehen wir, dass sich dieses Fenster hier geöffnet hat und wir können hier oben die Formel eintragen. Darunter haben wir das Zahlenformat oder eine vorgefertigte Funktion einfügen. Klicken wir darauf, so sehen wir, dass wir manche Funktionen von Microsoft Excel übernehmen können. Wichtig hierbei ist, die Funktionen, also die Formeln, sind in englischer Sprache. Das heißt, in unserem Fall wäre die Summen-Funktion nur Summ. Klicke ich darauf, so wird hier die Summen-Funktion nun eingefügt. Wichtig hierbei ist, ich brauche ganz am Anfang immer ein Ist-Gleich-Zeichen. Im nächsten Schritt gehe ich in die Klammern und möchte reinschreiben, dass es die darüberliegenden Zahlen verwenden soll. In dem Fall, nachdem wir ja die englische Sprache nutzen müssen, schreiben wir above, was darüber bedeutet. Es gibt ebenfalls links, rechts, darunter und so weiter. Welche Funktionen bzw. Begriffe es hier genau gibt, kannst du erfahren, indem du hier auf das Fragezeichen klickst. Es öffnet sich nun die Hilfeseite von Microsoft Word bzw. von Microsoft Office, wo die einzelnen Befehle genau aufgelistet sind. Nun könnten wir hier noch ein Zahlenformat reinschreiben, in meinem Fall möchte ich das nicht und klicke auf OK. Nun habe ich hier die Summe eingefügt als Feld. Das heißt, habe ich jetzt hier zum Beispiel mich vertan bei den Kosten und das Hotel kostet 480 Euro, so wird das Ganze nicht automatisch aktualisiert, sondern ich muss reinklicken, auf Rechtsklick und auf Felder aktualisieren. Nun aktualisiert sich die Summe. Habe ich alle Kosten nun fertig eingetragen und die Summe stimmt soweit, kann ich mit der Formatierung beginnen. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits und zwar möchtest du dein Microsoft Word Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Microsoft Word Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Microsoft Word. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Microsoft Word Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.